Ja, ich würde sagen, soll man starten? Ja. Ja. Soll man starten? Missnummer ist erst der erste. Der Intertale ist final. Filiere tale. Mutsu, äh, Mio Messi im Mundo. Ist das der erste? Das stimmt. Warte eine Sekunde, sag ich. Filiere tale. Filiere tale, Intertale. Intertale. Hahaha. Lio de Messi im Mundo. So. Ja. Der erste, warte noch eine Sekunde. Rein. Ha. Na sicher, na klar. Na sicher. Na sicher, na klar, Freunde. Nächste Runde und an der Stelle herzlich willkommen in Hallo YouTube zu einer neuen Folge Amogus Pogos mit eurem Tersti als Medic in der Trap. Es ist der Wahnsinn. Wir machen zuerst erstmal ein Licht an. Freunde, wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne kostenlos ein Follow da, beziehungsweise ein Abonnement auf YouTube. Es kostet nichts. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schreibt einen Kommentar. Wie zum Beispiel. Der erste. Ich habe bis hierhin geschaut und ich finde die Runde sehr lustig. Aha. Geil. 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 Man könnte merken, ich wäre ein bisschen auf Crack. Haben sie noch einen Euro für mich? Haben sie einen Euro für mich? Cooler. Ich bin gerade wieder da. Ja. Hallo. Hallo. Der erste könnte Killer sein. Was? Nein, 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 nein. Was? Nein. Was? Nein. Nein. Oh. Warum hast du jetzt den Button gedrückt? Hä? Weil Terz der Killer sein könnte. Ach so. Und zwei Leute sind tot. Ich wollte einfach zwei Leichen verschwinden lassen. Mit dem Button. Ja. Uh. Das geht auch. Aber. Ich nehme Stugi raus. Weil wir waren gerade beide am Table. Und der ist weggelaufen von mir. Ja. Ja. Und ich weiß halt, wo Vivi liegt. Wo denn? Oben in Camps. Pfff. Pfff. Da kannst du erst auf jeden Fall her. Ist das geil. Ja, du bist ja von da aus. Shit. Hallo. Hallo. Aber ich war nie in Electrical drin. Ich bin Laboratory. Warum hast du den Button gedrückt? Dann Richtung Licht. Und da bin ich runter. Ja, ich verterste. Stugi ist halt. Guck mal. Ich habe die Leiche da auch gesehen. Und ich bin Stugi dann bis zum Table hinterher gelaufen. Geistkrank. Aber wenn du die Leiche dort gesehen hast, warum habt ihr die Leiche nicht reportet? Deswegen. Ja, weil er dann schon weggelaufen ist und da nicht mehr zurück konnte. Weil er wahrscheinlich dachte, ich kill ihn. Aber habe ich ja nicht. Warum hast du ihn nicht reportet, Tester? Ja, weil ich ihm ja hinterher gelaufen bin. Hä? Aber ihr wusstet beide, dass Vivi tot ist, oder was? Ja. Haben wir beide nicht reportet. Okay, zwei Jahre. Eine Frage. Wann haben wir denn jemals hier vernünftig gespielt? Ja, okay, fair. Ich erinnere nur letzte Woche an das Statement über die Crew. Ja, okay, fair. Crew ist scheiße. Ich war in der Runde Killer. Ich identifiziere mich also nicht damit. Du warst keine Crew dann. Ich hab mich zugehört. Ich hab mich zugehört. Sorry, Maggie. Ich hab mich zugehört. Ja, da wurde ich Stugi. Weil, naja. Na, ich wollte meinen Arsch. Mein Arsch. Oh, ja. Die Breaker. Die Breaker. Die Breaker. Die Breaker. Schön aufgeteilt. Ja. Schön. Schön. Okay, wir haben Ehrenbruder Stugi gerettet. Gerettet. Ja. Fabian, vielen Dank. Und Lil C Otter Dank für 8 Monate Support. So, ich hab ihm ein Schild gegeben. Okay. Stugi, ich bin der Medic. Hast du's verstanden? Hast du's verstanden? Hast du's verstanden? Stugi, sag mir, hast du's verstanden, dass, ähm, ich male ein M vor dir auf den Boden. Bitte sage ja, Stugi. Das könnte unsere Runde werden. Stugi, das wird unsere Runde. Sofie, es ist leider zu spät. Du bist jetzt hier. Hallo, lieber Streamchat. Wenn euch die Runde gefällt, lasst gerne kostenlos ein Follow da. Hier auf Twitch. Vielen Dank. Und zappt auch mal gerne kostenpflichtig rein, ihr Reudigen. Guck mal, hier ist Faro mit Stugi am Start. Faro, verpisst dich. Bis dich. Freunde, haut gerne euren Prime-Sub raus, wenn ihr einen besitzt. Dankeschön. Also, ich bin, äh, Stugi's Mate. Ich geh einfach mal von Stugi weg. Ja? Weil wir wollen ja, dass jemand in Stugi's Schild rein... rein... fast... richtig reinbeißt. So, Zayana und Voldemort sind oben im Lab. Wir gucken einmal auf ein Table. Da müssten jetzt mindestens zwei Leute sein. Vier Leute, okay. Wie sieht's aus? Spaceman? Gar keiner. Datei ist Stugi und... Oh, oh, ja, 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 da war's! Holy shit! Ja, 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 ja. Also, wahrscheinlich wollte Zayana oder Faro, einer von denen wollte wahrscheinlich Stugi töten, oben im Lab. Ach, Junge. Ihr könnt mich auch Speedy Gonzales nennen. Oh, Junge. Jetzt würde ich ja... Wollte ich grad sagen. Da wäre ich gern weg. Lexi, danke für den Prime Sub. Du bist ein Schatz. Vielen Dank für den Support. Danke, danke, danke. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab grad My Melon gebracht. Hm, ich weiß. Was? Na, sicher. Also, Faro war tot in Lab und ich war der Meinung, es war My Melon oder Zayana. Und ich hab My Melon gesehen und ich hab geschossen. Und ich fühl mich grad schlecht, dass ich geschossen hab, auch wenn es richtig war. Warum rennst du da dabei? Er stand fast daneben, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Clöders gesehen hat. Was? Nö. Nö. Ähm. Ja. Cool. Ja. 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 Das ist ja noch klar. Ob die Story richtig ist, verrate ich euch natürlich nicht, aber das ist fein. Hoi. Also, Smeggy ist grade in Spaceman. Mit Gersten. Mhm. Stogie war auch noch bei mir in der Nähe. Mhm. Clöp war der andere Killer. Joshi voten wir raus. Easy going. Hä? Was? Ne, ne, warte mal. Ich glaube, dass Clöp... Wieso willst du mich voten? Die Story nicht geglaubt hat und versucht hat, Joshi auf Jacket zu gießen oder so, oder? Ich war am Anfang in der Trap. Jetzt habe ich es gesagt. Erste Trap in Electrical. Äh. Das ist egal. Er hat ja nichts gesagt auf jeden Fall. Dann bist du ein Goodie. Geil. Let's go. Ich hatte noch nicht, dass du... Nur Good Day in der Trap. Wie glaubst du nicht? Erste ist guter. Erste. Erste meinste, ja. Ja. Ich würde Joshi voten. Nein. Ja, ich habe jemanden getötet, aber der war böse. Stogie ist auch raus. Sheriff. Ein absoluter Feini ist das. Ich bin nicht als Sheriff gestorben. Der Sheriff ist in der ersten Runde gestorben. Ich kam rein, war Deputy. Auf einmal nächste Runde. Bam. Sheriff. Weil Smellie und Voldewan aber eigentlich auch fast zusammen. Wir waren im Lab gerade. Ja, ja. Vor 10, 15 Sekunden. Ich glaube, wir haben sogar die Story. Warte mal, das können wir eigentlich aufschließen. Ich gebe nochmal. Danke schön. Bitte, ich gebe dir. Ich glaube ja das, aber dann müsste... Also wie gesagt, für den Kill kam Sayana oder meine meine Frage. Ich habe gesagt, schieß... Ich habe gesagt, schieß... Auf wie noch mein Ding. Dann ist Sayana oder ist der Killer? Ich gucke mal. Das ist doch noch klar. Ui. Wer hat versucht Stuggi abzustechen? Guck mal, die Story von ihr ist ja... Ah, ich hasse Spaceman. Die Story von ihr ist ja... Sie hat quasi gesehen... Wie... Oder... Sie hat gedacht, ähm... Maimel hat da gekillt. Und das passt ja auch. Weil im Lab wollte ja wirklich jemand Stuggi töten. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt, Junge. Ich habe es geahnt. Scheiße. Ja. Aber Shy ist gut, ne? Ja. Shy ist damit wirklich Sheriff. Äh, jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht Ende macht hier. Ja. Ja. Shoshy ist ihr Ziel. Okay. Sie lässt sich reinbaten. Äh... Der Fall müsste jetzt hierhin zeigen. Ja. Siehst du, jetzt dreht sie um. Jetzt wird sie Shoshy hier töten, wenn wir Glück... Junge, let's go. Smeggy. Gott. Ein Glück, Alter. Ich hätte quillen sollen, Barkad, ihr Wort. Nee, nee, nee. Zayana kam gerade rein. Zayana kam oben gerade elektrisch rein. Stuggi, du bist O2. Und ich bin gerade raus aus den Camps gelaufen und wollte auf Zayana schießen. Zayana, hast du noch irgendwie abschließende Worte? Ja. Nö. Start. Also, dass ich spannend finde, dass wir einfach immer sofort zu einem Sheriff Call glauben. Ich habe ihr eher nicht geglaubt. Ich sage dir auch ehrlich, hättest du jetzt mich versucht zu überzeugen, ich hätte auf Shoshy gevotet. Boah, verleta. Ich hab dir bis jetzt, also ich hab dir immer noch nicht geglaubt, ne? Solltest du auch nicht. Ja, also, for real, ich hätte, also, deshalb hab ich Zayana so gefragt, hätte sie wirklich das irgendwie verneint und so, weil, also Stuggi, sorry, ne, aber als Crewmate glaub ich seinen Calls eh nicht. Boah, der hat nur bestätigt, dass das erste halt gut ist, das war fein. Ja, sicher. Also, für mich bist du nach, also, ich hab dich, ich war mit Zayana der, der dich gerade die Runde davor gevotet hat. Stell dir vor, die Runde geht gleich weiter. Was machst du dann? Sag das eh rum. Ja, was soll ich machen? Ich kann nur dumm... Kann ja nicht, aber es sind ja zwei... Rhino! Ja. Eigentlich Jackal, wenn sieht die Welt anders aus. Ja, ich hoff, ich wünsch, das finde ich froh, dass du Jackal bist. Nein, ich bin scheuer, ich bin langweilig. Es wär so dreist, wenn wirklich ich, Claire, auf Sheriff gegessen hat, gestorben hat und sie ist halt die letzte Killer. Ist mir göttlich gewesen, aber nein, ich bin langweilig. Rhino! Nee, Claire wollte lieber den Trapper rauskissen. Oh! Oder eine Medic. Nee, er hat Stugi auf Medic gemacht. Claire, das war so klar, dass Vivi Trapper ist. Jungen, testivieren, vielen Dank. Ja, Stugi. Ich frage mich, warum wir gar nicht auf Stugi gemacht haben. Geil, ne? Ich habe nicht... Ich habe nicht... Ich habe nicht Trapper gemacht auf... Nein, du hast Stugi... Du hast Stugi auf Medic gemacht. Du hast Stugi auf Medic gemacht. Du hast Stugi auf Medic gemacht. Ja, ich hab Stugi auf Medic gemacht. Stugi hat am Anfang einfach random den Button gedrückt. Nein! Ich hab dann gesagt... Wieso? Die Story war voll gut. Das hat jeder geglaubt. Ey, Ter, hast du wirklich insane gespielt. Geil, ne? Also, ich hab's ja gesehen, was passiert ist. Aber... Ja. Ja, wie gesagt, ich dachte... Ich dachte, Stugi ist so... Oh, ja. Oh, ja. Hat dann da den Button gedrückt. Hat sich die Rolle gesichert. Und dann... Ne, switchen konnte ich hier leider nicht. Und ich steche in ihn rein. Und er ist auch immer Medic. Jemand wollte Stugi auch oben im Lab töten, glaube ich. War bestimmt Meimel, oder? Ja, ich. Ne, ich. Ach so, lass ich doch noch... Ah! Nass ich doch! Ich habe niemanden getötet. Am Schluss habe ich jetzt Terste getötet. Und äh... Ja, danke, ne? Ja, gerne. Du warst halt mein Bounty. Und alle Bounties waren immer so mit Leuten zusammen. Ich konnte... Ja, Freunde, an der Stelle, ich sag einmal herzlich willkommen in YouTube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Runde. Das fand ich geil, ne? Bisschen Analyse-Modus. Stugi drückt den Button. Ich, Junge, die Horror-Story hier... Äh, Horror-Banger-Story ausgepackt für meinen Mates. Stugi! Küsschen geht raus! Freunde, an der Stelle, wenn euch die Runde gefallen hat, lasst gerne kostenlos ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Und schaut unbedingt auch auf Terste vorbei, Freunde. Auf... Entschuldigung, auf Terste vorbei. Auf Terste kommt immer sehr, sehr viel Stuff. Wir haben da sehr viele lustige, unterhaltsame Videos, wie zum Beispiel Codenames, Bestoffs, etc. Macht es gut! Tschüss! Danke fürs Zuschauen! Tschüss! valle